Bist du... ... noch im Fork? Ähm... Wie lang bist du schon hin? Ich hätte immer schon mit dir. 21 Tage. Wie hat dich hierher gebracht? Ich stieß ja, dass mein Deutschland hat mir gerade herzukommen. Wieso bist du schon so lange hier? Die glauben, ich könnte mir wieder was anfügen. Wieso hast du dich selbst mal draufladen können? Vielleicht... ... wollte ich mir ein bisschen antun. Oder vielleicht schauen... ... dass ich ihn bin sehen? Also was studierst du? Wurzissim, du? Französisch und privacier. Ich wollte ganz kurz, ich muss in deine Privatsphäre entdecken. Okay. Was machen wir jetzt? Spielst du noch? Nando? Ja. Ja, ich mache Spiel. Ich werde schon immer noch mit uns tun. Eins. Fert. Schauen.